Wieso spielt man Sophia mit Reflex? Ich kann sie nicht anschießen. Ich seh' nicht. Wegen meinen Beinen! Beine können doch hinderlich sein. Das sind das für ein Chili. Ich würd's zu Laien schieben. Nee, egal. Die Clash steht einfach vor dem Fenster. Die Sophia liegt davor auf dem Boden. Die kann die so töten! Oh mein Gott, wo's geht! So, die haben kein Kampf, ne? Oben ist einer. Oben ist ein Bock. Los, die Stairs von da, genau von da. In oben ist niemand. Doch, vorerst, vorerst. Nooo! Der ist runtergejumpft. Ja, wieder keine Steps. Einen freundlichen Operator remaining. Die Steps sind ja so weird, ne? Der ist wohl so, so irgendwie. Wenn jetzt vielleicht hinter mir auftaucht, dann bin ich wieder. Ich hab das Gefühl, sie ist hinter dem Schild. Ich hab das Gefühl, sie ist hinter dem Schild. Ich hab das Gefühl, sie ist am Fenster hinter dem Schild. Ich glaub, sie ist am Fenster hinter dem Schild. 10 Sekunden remaining. Ich muss rein, ich muss rein. Sicher den Container. Alter. Ich riech! Oh mein Gott! Das ist einfach der Beste. Wollen wir noch ne Runde oder? Ich bin einfach so gut gerade. Noch ne Runde oder? Ja, kommt noch eine. 5 zu 1 zu 0. 5 zu 1 zu 0. 5 zu 1 zu 0.